Sie war nicht nur die Erste, sondern ist auch die Stärkste, mächtiger als Städte aus Wolkenkratzern und technische Großwunder. Sie ist nicht nur stärker und ehrwürdiger, sondern sie stellt auch eine der großen Fragen, der großen Prüfungen an den Zeitwänden. Zuweilen wird der Mensch im Schicksalszwang aus den Palästen der Geschichte vor diese, seine erste Wohnung geführt und gefragt, ob er sie wiedererkennt, ob er ihr noch gewachsen, ihrer noch würdig ist. Hier wird er gerichtet und ausgerichtet vom Unveränderlichen, das der Geschichte zugrunde liegt. Der Mensch neigt dazu, dieses Unveränderliche, wie hier den Inbegriff der Wohnung, in die ferne Vergangenheit zu rücken, an seine Anfänge. Das ist ein Augentrug. Es liegt im Mittelpunkt, im Innersten des Waldes, und die Kulturen kreisen darum herum. Demgegenüber liegen die großen Zerstörungsmittel nur am Rand. Nachmittags kam ich mit zwei jungen Männern ins Gespräch, die in den Mandelgärten Gras schnitten. All diesen Leuten kann man kaum einen größeren Gefallen tun, als sie von der Arbeit abhalten. Ich setzte mich mit auf ihren Wagen, vor dem zwei Ochsen im Joch gingen. Das Joch liegt auf den beiden Nacken und auf der Deichsel. Es ist durch Riemen mit den Hörnern verknüpft, in uralter, sinnreicher Vorrichtung. Ilador, 22. Mai 1954 Bei schöner Sonne pilgerte ich zum Granitbruch hinaus. Der Stein gleiste im prallen Licht. Wieder bewunderte ich das feine Grün, zu dem das schwarz-weiße Muster auf die Entfernung sich vereint. Das könnte an einer Mehrung oder Minderung liegen, in dem entweder ein zarter Farbschimmer der Glimmerblättchen sich summiert, oder in dem das Weiß ein wenig vom Schwarzen abzieht und ihm so einen Grünstrich gibt, ähnlich wie es mit einem alten Gehrock durch den Konsum der Zeit geschieht. Ich mochte mir damit nicht den Kopf zerbrechen, da es hier bessere Zerstreuung gab. Zunächst waren die Fische zu betrachten, die in großen Schwärmen über dem Abbruch kreisten, der ihnen noch sanfterer Farbe aus dem Wasser leuchtete. Angelos Küchengäste spielten vor der Tür. So dann war mir ein Rabennest aufgefallen. Es war mit groben Ästen auf einen Vorsprung der Granitwand gebaut. Man sah aus ihm drei lange Hälse ragen, die in weit aufgerissene Schnäbel mündeten. Die Hälse waren mit ruppigem Pflaum befiedert, doch spärlich, so daß das gierige Fleischrot des Rachens im grellen Lichte durchschimmerte. Ein Kolkrabennest ist kein alltäglicher Fund. Ich wollte das Idyll von oben beobachten und sehen, was die alte in die roten Schlünde steckte. Doch die war klüger und hatte sich in Voraussicht solcher Neugier unter dem vorgekragten Rand des Felsens angebaut. Dennoch war es ihr unlieb, daß ich da in der Mackia unterhalb des Sarazinenturmes umherkletterte und zuweilen wie ein gotischer Turmdrache mit halbem Leibe über die Klippe hing, um einen Blick in ihren Haushalt zu tun. Sie umflog mich mit knarrender Kolkrabenstimme, und da ich am Morgen wieder an einem Rautenstängel geknabbert hatte, verstand ich, was sie da knarrte und plapperte. Du alter Narr! Willst dich noch auf den Vogelfang legen? Das steht nur Junggesellen zu. Bleib du bei dem Geziefer. Das ist ungefährlicher. Ich hörte auf den weisen Raben und hatte auch Grund dazu. Der Dr. Bichinet, Kustos des Museums Freien Tutzing, in dem er eine halbe Million Käfer betreut, hatte mir geschrieben, als er von meinen sardischen Plänen hörte, daß gerade dort eine Timarcha-Hause, die den geleerten Kopf zerbrechen macht. Da nun diese Gattung zu den Vorfrühlingstieren zählt, war ich der Meinung gewesen, daß ich ihre Zeit bereits verfehlt hätte. Aber nun sah ich sie zahlreich auf dem hellen Granitgrund, wahrscheinlich in der zweiten Generation, und konnte Zoll für den Doktor einheimsen. Während dieser Beschäftigung hörte ich eine melodische Stimme, die »Venga a Bordo« rief. Es war Nando, der Kapitän des winzigen Schiffes, auf dem er mit seiner Mannschaft vorüberfuhr. Sie holten mich in einem Boot. Wir hatten auf dem Fest verabredet, mit dem Scap-Händer zu tauchen, doch ging die See zu hoch. So ließ ich mich denn zurückrudern, denn unten im engen Raume drohten schon eine gewaltige Korbflasche und das politische Gespräch. Vom Rande der Machia klang Hämmern auf Gestein. Dort mußte Angelo an der Arbeit sein. Bald traf ich ihn in der Gesellschaft der Kameraden, mit denen er bei unserer ersten Begegnung im Boot gewesen war. Sie beschäftigten sich damit, Steine für einen Hausbau aufzuspalten, indem sie Findlinge zerkleinerten. Jeder hatte sich bereits einen Stapel von Haussteinen beiseite gelegt. Ich sah Angelo zunächst eine Reihe von kleinen Keilen in den Block eintreiben. Wenn sie festsaßen und eine Naht bildeten, schlug er mit einem Vorschlaghammer auf größere Keile, bis sich der Block spaltete. Zu jedem Schlag mit dem großen Hammer gehörte ein tiefes Aufstöhnen. Ich erkundigte mich nach den Einzelheiten. Auf diese Weise kann man am Tage in achtstündiger Arbeit achtzig Steine auf Maß bringen. Der Stein wird mit zwölf Lire bezahlt. Ich rechnete aus, dass der Tagesverdienst zwischen zwei und drei Goldmark liegt. Ein schweres Boot und gefährlich dazu. Gleich nebenan lag der Granitbruch voller Steine, die aber unter Tabu standen, als Eigentum des Patrons. Auch diese Arbeit an den Findlingen ging nicht von einer Hand in die andere, sondern zwischen Hersteller und Verbraucher hatte sich ein Merkurier eingeschaltet, ein kleiner Dunkler, der auf einer Vespa angeschwebt kam und die Zahl der Steine in sein Notizbuch kritzelte. In meiner Rückständigkeit erwog ich, ob er denn bei dem bescheidenen Umschlag nötig sei. Was hilft es aber den armen Leuten, wenn eines Tages der Merkurier verschwindet und statt seiner ein Uranier anschwebt, vielleicht im Hubschrauber und mit Pistole, die er unverhohlen am Gürtel trägt? Anstatt darüber nachzudenken, zog ich vor, Angelo zu engagieren. Er sollte für mich das Datum in den Turm meißeln, wie das im Lauf der Zeiten von zahllosen Besuchern geübt worden ist. Wir nahmen Hammer und Meißel und stiegen den Berg hinan, obwohl der Merkurier ein verdrießliches Gesicht machte. Nachdem Angelo Tag und Initialen in das jahrhundertealte Fremdenbuch gemeißelt hatte, umgingen wir den Turm und wieder erfreute ich mich auf seinem Sockel sitzend der herrlichen Ausblicke, die sich nach allen Seiten aufschließen. Der Wind war angenehm, es wehte eine leichte Brise, die das Gefühl gab, man könne über Berg und Meer dahin schweben. Das sind Horte der Raubvögel. Und in der Tat erblickte ich unter einer der alten Schießscharten den hellen Kalk eines Genistes, der von den Vogelkundigen als Schmelz bezeichnet wird. Ungeachtet der Warnung des weisen Raben äußerte ich den Wunsch, dort einmal hineinzuschauen, den Angelo sogleich instrumentierte, indem er einige seiner Keile in die Mauer schlug. Er kletterte hinauf und rief »Falco«, wie ein Knabe, der etwas Schönes gesehen hat. Ich löste ihn ab und blickte in die Höhlung. Dort ruhte auf grober Unterlage ein Gelege von drei blaugrünen Eiern, dahinter stand das zierlich stolze Falkenweibchen an die Wand gedrückt. Leise stieg ich wieder hinab. Zuweilen lugen wir, wie hier durch diese Scharte, in die Werkstatt des Universums und ihre Bildungen. Der Anblick eines solchen Wappentieres gibt unmittelbar Gewissheit, dass Macht einer der Schlüssel ist. Aber wie jede Farbe die Gegenfarbe fordert, so ist auch Macht ein Abgeteiltes, das erst an einem Anderen sinnvoll aufleuchtet. Wie soll man dieses Andere nennen? Sollte es Schönheit? Sollte es Liebe sein? Ich möchte es als das Glück bezeichnen. Wenn Macht das männliche Prinzip im Universum, ist Glück das weibliche. Ohne das Zweite, das sie ergänzt und auswiegt, kann Macht sehr hässlich werden, wie wir es in unseren Tagen sehen. Wie Macht ein Schlüssel, so ist Glück ein Aufzuschließendes, ein Schatz, der unerschöpflich auf dem Grunde des Weltalls ruht. Das eben bestätigt die Erscheinung eines solchen Tieres. Wir fühlen, es ist nicht nur herrlich, es muss auch glücklich sein. Es muss noch Zugang haben zur ganzen unaufgeteilten Wirklichkeit der Welt. Daher trägt es die Zeichen dieses Standes. Es ist schön, stark und liebeskräftig, wie am ersten Tag. Über der Hieroglyphe dieser Landschaft steht es als einer der Punkte, die auf ihr Geheimnis hinweisen. Ein solches Tier zählt zu den Aussichtspunkten in das Unsichtbare, gibt große Sicherheit. Aus diesem Totem, dieser Verwandtschaft, dem Seinsgrund, lebte eine unmittelbare Kenntnis und Verehrung der Mitgeschöpfe, die längst verloren gegangen ist. Daher sind wir unfähig, der Aussortung der wunderbaren Wesen vorzubeugen, die bis auf unsere Tage gekommen sind, trotz oder besser wegen unserer Wissenschaft, die mörderische Züge trägt. Hierher gehört die Massenschlachtung aller großen, schönen und edlen Tiere in unserer Zeit. Den Gipfel dieser Gräuel stellt die unbarmherzige Verfolgung der Wale mit Flugzeugen, Radarstrahlen und schwimmenden Fabriken dar. Wunder der Uhrzeit, Gottes Spielzeuge werden zu Kunstdünger vermahlen, zu Seife verkocht. Die Perfektion der Waffen macht auch die Jagd zum mechanischen Akt, zur reinen Liquidation. Das sind die trübsten Stunden, in denen man befürchtet, dass sich alles in eine Zweigstelle der Schlachthäuser von Chicago oder der Zwangsarbeitslager am Essmeer verwandelt wird. Dann eben fühlt sich das Auge durch den Blick auf einen solchen Falken in frischem Tau gebadet, durch Zaubertrost gestärkt. Er lebt, nicht nur im flüchtigen Gefieder, sondern im Unvergänglichen, für das er zeugt. Nicht nur ein kleines Felstal auf dieser Insel, das Weltall steht hinter ihm. Da ahnt der Geist für eine winzige Sekunde die ideale Werkstatt, die Heimat der Bilder, den Schöpfungsgrund. Dort brennt ein Feuer, das nie verglüht. Das Mittelmeer ist eine große Heimat, ein altes Zuhause. Ich merke das stärker bei jedem Besuch. Ob es im Kosmos auch Mittelmeere gibt? Ilador, 23. Mai 1954. Vor dem Strandgang machte ich dem Sindaco in Passangelegenheiten einen Besuch. Sein Arbeitszimmer ist groß, kahl, mit steinernem Fußboden, ein langer Tisch und einige Stühle bilden die Einrichtung. Das ist das Muster des südlichen Arbeitsraumes. Frei, kühl und von klassischer Nüchternheit. Ich entsann mich bei seinem Anblick des Gesprächs mit einem französischen Autor, der gern in nordafrikanischen Städten arbeitet. Bei uns im Norden liegt die Behaglichkeit mehr in den Dingen. Das Vorbild ist Dr. Faustens Kabinett. Wenn man mit romanischen Magistraten zu tun hat, sie in ihren Ämtern und Questuren aufsucht, fällt auf, was schon die Einrichtung betont. Disponierendes Wesen ohne Umschweife. Ich denke da an Erfahrungen, die ich im Zweiten Weltkrieg als Quartiermacher mit französischen Bürgermeistern gemacht habe. Es bleibt für den Germanen immer ein Erlebnis, auf diese dichte politische Substanz zu stoßen, auf die Reserve an konturierten Persönlichkeiten in den Verwaltungszellen der Dörfer und Kleinstädte. Von dort steigen sie auf, in die Weltpolitik, wie jener Bürgermeister von Montmartre, Clemenceau. Doch auch in der Verteilung sind sie unschätzbar. Sie wirken wie ein System von Puffern in den Katastrophen unserer Zeit. Das soll nicht besagen, dass die Ordnung dort größer sei. Der Unterschied liegt vielmehr darin, dass sie mehr in den Köpfen als in den Dingen herrscht. Wichtiger als lückenlose Ordnung in den Dingen ist ja, dass Ordnung nach Bedarf geschaffen werden kann. Dann kann man sich leisten, dass viel auf sich beruhen bleibt, wie es Signora Bonaria mit ihrem Besen hält. Quieta non movere. Das ist ein gewaltiges Wort. Es gilt auch für den Staub und rührt an eine der Quellen des Glückes auf dieser Welt. Der Anblick solcher Menschen und ihre Köpfe hat mich stets ergriffen und oft habe ich mich nach ihrem Geheimnis gefragt. Das ist ein Thema, das weit hinausführt oder tief hinabführt bis auf die Urbilder. Doch eines der Leitmotive liegt darin, dass man dort mit genauerem Instinkt den amoralischen Charakter der Politik erfasst. Damit entfällt die unziemliche Verflechtung von Politik und Weltanschauung, die Phase Landentum bei den Funktionären zeugt und dem Großen jene Monstra, denen gegenüber Nero ein Waisenknabe bleibt. Wenn Standesbeamte sich in Moralisten verwandeln und statt zu registrieren, an dieser Stelle wurden Gang und Gedankengang durch das Hündchen unterbrochen, das mit freudigen Bällen aus Senior Rossis Torweg schoß. Nachdem ich es gebührend gestreichelt hatte, folgte ich ihm in den Garten. Dort traf ich Antonio, der im Schatten eines verfallenen Gartenhäuschens träumend auf seinem Lager saß. Das Häuschen war türlos und das Lager bestand aus einer Pritsche mit einer Pferdedecke, ein Sattel, diente als Kopfkissen.